Dieses Buch Start with Why von Simon Sinek ist jetzt kein typisches Investmentbuch, es ist mehr ein Managementbuch. Es basiert auf einem TED-Talk, den man auf dem Internet finden kann, was bisher 25 Millionen Leute schon angeschaut haben. Ich finde es aber sehr wichtig für die Unternehmenskultur einer Firma. Und es geht eigentlich darum, dass ganz große Unternehmen eine klare Mission haben. Es gibt die drei, im Englischen ist das What, How and Why. Und er macht das so als Beispiel zwischen Apple und einem normalen PC-Hersteller. Die machen beide das Gleiche. Sie produzieren PCs, womit die Leute irgendwelche Sachen machen können, was sie vernetzen können. Beim How ist es teilweise schon unterschiedlich. Der eine vertreibt es als Lifestyle-Produkt und macht es eine Marke draus. Aber der Hauptunterschied ist, und das ist auch der Titel des Buches, Start with Why, ist, Apple will bessere Produkte gegen Windows schaffen und einfach ein tolles Design. Oder man hat diese Story, diese Jünger erschaffen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Oder auch ganz große oder sehr gute Führer von Firmen können die Mitarbeiter begeistern, warum sie dieses machen. Da gibt es auch ein anderes Buch. Das ist dann die höchste Stufe der Teamkompetenz, wenn eigentlich die Leute nicht mehr für Geld arbeiten, sondern denken, wir machen etwas, um die Menschheit zu verbessern, auf irgendeiner Droge, oder was heißt Droge, Medikament, Drug, sind an der Entwicklung. Also das ist wirklich, denke ich, auch wichtig. Und deswegen ist auch der Erfolg von vielen aktuell amerikanischen Unternehmen wie Google oder auch Netflix, Amazon, bei diesen Firmen ist vor allem auch dieses zentrale Ziel, irgendwie günstige Preise. Und man guckt jetzt nicht auf die Quartalszahlen, sondern man hat mehr die Menschheit im Blick und möchte dafür Sachen verändern und verbessern, was sich bisher in den Aktienkursen auch ausgezahlt hat, auch wenn es natürlich volatil ist. Aber was so bei vielen Firmen fehlt, ist ein bisschen die Vision. Und wenn man dann irgendwie einen hat, der immer nur Controller war und irgendwie auf das letzte Komma schaut und auf die Quartalszahlen, das ist mal kurzfristig gut, aber gerade im Internetsegment, was in Deutschland ein bisschen fehlt, ist dieses Visionäre. Wie gesagt, auch sehr kurzweilig zu lesen. Ansonsten schaut euch nochmal das Video auf TED an oder auf InvestorSearch die Zusammenfassung.